Seid gegrüßt, wir reagieren heute auf ein Video von Rainer Ernst, beziehungsweise Rainer Luxus heißt er jetzt, gegen die AfD und dann, naja, schauen wir uns mal an, was er zu dem Thema zu sagen hat. Ich habe mir das Video noch nicht angesehen, also beziehungsweise ich hatte es eben schon mal angeklickt, jetzt, ja, habe ich es nochmal angeschaltet, aber, ja, er hat es gerade gesehen, ich hatte mir die ersten 3 Minuten 20 bisher erst angesehen. Ich wollte gerade sagen, ich habe es noch nicht angesehen gehabt, aber das stimmt in diesem Fall nicht, in dem Fall hatte ich tatsächlich schon mal kurz reingeschaut. So, ich würde sagen, jetzt starten wir einfach mal und gucken uns an, wie seine Kritik an der AfD so aussieht und ob man die AfD so kritisieren sollte. Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer Ernst. Ich habe während meiner Autofahrt nach Deutschland ein Hörbuch über Geschichte gehört. Und, ähm, das hat mich irgendwie so verstört und so erschreckt, dass ich mir dachte, bevor ich jetzt schlafen gehe, zeichne ich das unbedingt noch auf, damit ich nicht alle Details vergesse und den Inhalt perfekt wiedergeben kann. Reden wir mal über den sogenannten großen Austausch. Das ist ja irgendwie eine Verschwörungstheorie, sagen die Behörden. Ich habe gerade gelesen, der Verfassungsschutz sagt, das wäre ein rechtes Narrativ, so eine Art Schwurbel. Vielleicht ist das ja so. Aber Fakt ist, Zeit meines Lebens wird die Anzahl der Bio-Deutschen weniger und die Anzahl irgendwelcher Migranten, egal welcher, Osteuropäer, Südosteuropäer, Südeuropäer, Nordafrikaner, Westasiaten, Schwarz-Afrikaner, weiß der Geier, die nehmen zu. Das ist Fakt. Und das kann man auch statistisch beweisen. Dagegen kann auch der Verfassungsschutz relativ wenig machen. Lassen wir mal dahingestellt sein. Ob es einen großen Masterplan der New World Order gibt, der das Ganze steuert, oder ob es einfach so passiert, durch geringe Geburtenrate in Deutschland und eine große industrielle Basis, die attraktiv für Menschen aus anderen Ländern ist. Das wissen wir nicht so genau. Das ist auch nicht so wichtig. Und jetzt mal ein kleiner geschichtlicher Exkurs. Ihr müsst bedenken, es gab ja damals das Deutsche Reich. Da gab es ja den polsischen Militarismus. Eigentlich ist Deutschland schuld am Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Jetzt gibt es heute irgendwelche Dullis, die bekämpfen. Ja, so einseitig kann man das nicht sagen. Also der Erste Weltkrieg wurde von Österreich-Ungarn begonnen. Und dann sind halt immer mehr Länder da reingeschlittert. Russland hat sich dann auf die Seite von Serbien gestellt. Und ja, Deutschland hat an seinerseits Russland und Frankreich angegriffen. Und um in Frankreich einmarschieren zu können, ist es über Belgien marschiert. Und dann hat Großbritannien und Deutschland den Krieg erklärt. Ja, und schon hatte man einen Weltkrieg. Wir kämpfen dieses Narrativ. Nein, das stimmt nicht. Das kann gar nicht sein. Nicht wir. Aber der Witz ist, genau diese selben Dullis gab es auch zwischen den beiden Weltkriegen. Damals gab es auch schon den Versuch, die deutsche Kriegsschuld am Ersten Weltkrieg zu relativieren. Äh, das heißt relativieren. Diese deutsche Kriegsschuld, das war ein Artikel aus dem Vertrag von Versailles, der extra da reingeschrieben wurde, um Deutschland zu demütigen. Um Deutschland auch, ja, moralisch zu brechen. Also der Vertrag von Versailles, der hat Deutschland ja Bedingungen aufgenötigt, unter denen keine vernünftige wirtschaftliche Entwicklung mehr möglich war. Also das ist ein bisschen verkürzt wiedergegeben, die Geschichte. Also das sollte man nicht so machen. Aber das Problem dabei, dummerweise, war schon damals und ist auch heute, es gibt ja noch den Rest der Welt. Und, ähm, wisst ihr, das ist so eine deutsche Eigenschaft. Der Deutsche hat irgendwie eine besondere Begabung darin, äh, sich die Welt zurechtzulügen. Aber der sprengende Punkt ist, da die anderen ja halt nicht mitgehen, versteht ihr, die Historiker irgendwelche anderen Länder, die wissen ja natürlich, wie es war. Diese Geschichte ist sehr gut erforscht, dass heute jetzt so ein Dulli kommt, wie dieser komische Brite mit diesem Buch, die Schlafhandler, der irgendwie versucht, die Kriegsschuld auf die Russen abzuschieben. Oder auf die Serben oder irgendwie sowas. Das ist ja alles schön und gut. Aber das ist wieder mal so ein Narrativ, oder? Das heißt Schuld, Schuld ist bei Kriegen immer auch so eine idiotische Diskussion. Also wenn man jetzt nach diesem einfachen Schema geht, der, der angefangen hat, ist Schuld, dann ist es Österreich-Ungarn. Aber, ja, so eine moralische Diskussion über Schuld, die bringen das sowieso nicht viel weiter. Also alle Länder hatten ein großes Interesse an diesem Krieg. Also, ja, das finde ich jetzt nicht gut hier. Der Deutsche sich in seine eigene Tasche lügt und im Endeffekt macht er sich damit nur lächerlich, weil er der Einzige ist, den er erfolgreich belügt und alle anderen lachen ihn aus. Jetzt müsst ihr Folgendes überlegen. Der deutsche Kaiser hat ja abgedacht nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Niederlage. Der Grund hat... Das heißt, alle anderen lachen ihn aus. Der Sieger schreibt die Geschichte. Wenn Deutschland gewonnen hätte, dann wäre wahrscheinlich Frankreich die Kriegsschuld zugeschoben worden. Oder Russland. Beziehungsweise Russland ist ja dann untergegangen, gab es ja die Toba-Revolution, das war ja dann, ist ja dann die Sowjetunion entstanden, beziehungsweise Sowjetunion war es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. War ja erstmal Bürgerkrieg, also dann wäre der nächstgrößere Macht, wenn man auf dem europäischen Kontinent vielleicht die Kriegsschuld hätte geben können, wahrscheinlich Frankreich. Und Serbien, Serbien hätte man wahrscheinlich in Gänze annektiert, also denen hätte man ja mangels Staatsgebiet dann auch keine Schuld mehr geben können. Also ja, ja, es ist... Der Sieger schreibt die Geschichte, das kann man, glaube ich, allgemein so sagen. Dafür war aber ein anderer, als ich bisher immer geglaubt habe. Es gab damals den amerikanischen Präsidenten Wilson, der hat irgendwelche Vorverhandlungen geführt, um einen Waffenstillstand und einen Friedensvertrag zu erreichen. Hat Wilson damals klipp und klar gefordert, der Kaiser muss weg, Deutschland soll eine Demokratie werden. Die Idee dahinter war, dass man damit den preußischen Militarismus zügeln wollte. Von Deutschland sollte nie wieder ein Krieg ausgehen. Ja, gut, es gab die Weimarer Republik, aber der springende Punkt war, die Deutschen haben sich mal wieder nur gestritten die ganze Zeit. Sie haben es nicht geschafft, ein funktionierendes politisches System aufzubauen und sich auf irgendwas sinnvoll zu einigen. Übrigens haben sie das auch sonst in ihrer Geschichte nie geschafft. Es gibt ja diesen Witz. Ja, der Kaiser hat einen Parlamentarisierungserlass rausgegeben und der hat nicht dazu geführt, dass die Bedingungen des Vertrages von... Also es waren ja erstmal die Pariser Vorortverträge, die dann geschlossen wurden und auch die hatten schon sehr harte Bedingungen. Und der Vertrag von Versailles, der wurde ja da mit der Weimarer Republik geschlossen und das waren keine milden Bedingungen. Also wie gesagt, diese Bedingungen haben ökonomisch Deutschlands Weg hin zu einem wirtschaftlichen Wiederaufstieg komplett verbaut durch diese horrenden Reparationszahlungen. Also ja, es ist nichts daran ändert, dass die Verträge, mit denen man dann Österreich, Ungarn und das Osmanische Reich unter sich aufgeteilt hat, noch viel, viel härter waren. Also das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Also man wollte dann die Bölte, so gut es ging, unter sich aufteilen und Deutschland ist dann das einzige Land, was diesen, ja, diese Verträge nach dem Ersten Weltkrieg überhaupt überlebt hat. Ich meine, ja. Deutschland wahrscheinlich nicht so bekannt, aber der Deutsche hat noch nie eine Revolution gehabt. Versteht ihr, die Briten haben ihren König zweimal weggeputscht. Einmal haben sie ihn sogar geköpft. Die Franzosen hatten mehrere Revolutionen. Es gibt die eine, wo die Monarchie weggeputscht wurde, aber es gab auch später immer wieder irgendwelche Putsche. Die Spanier haben auch ihre Monarchie geputscht und hatten dann Franco, den haben sie geputscht. Die Italiener haben Mussolini geputscht. Der Russe. Die hatten dann Franco, den haben sie geputscht. Ja, also Frankos Nachfolger hat dann gesagt, ich führe die Demokratie jetzt wieder ein. Das war jetzt keine Revolution in dem Sinne. Beziehungsweise du kannst in Deutschland, okay, Revolution 1989 in der DDR, war jetzt nicht ganz Deutschland, kannst du auch sagen. Dann die, ja, Entstehung der Weimarer Republik, auch das war eine Revolution, dass der Kaiser vertrieben wurde. Also, ja, das, ja. Der Russe hat irgendwelche Zaren weggeputscht. Der Russe hat die Sowjetunion weggeputscht. Alle haben irgendwas geputscht. Nur der Deutsche streng genommen ist, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Das ist die einzige, ja, so quasi ein Revolutionchen, das Deutschland jetzt zustande gebracht hat. Also, der Deutsche ist irgendwie nicht in der Lage, vernünftig eine Regierung zu organisieren. Man muss ihn mit Gewalt oktroyieren. Aber gut, wollen wir uns zwar nicht zu sehr dran aufhängen. Auf jeden Fall gab es ja dann die Weimarer Republik. Und die war ja ein einziges Chaos. Naja, es gab schon zwei Versuche von unten her, eine Revolution zu starten. Das eine, also zwei Versuche, bevor das Deutsche Reich gegründet wurde. Das eine war der Bauernkrieg 1525 und das andere war die gescheiterte Revolution 1848. Also, es gab schon Revolutionsversuche in Deutschland. Die sind aber niedergeschlagen worden. Und es gab die Folgen des Vertrages von Beisai. Ist ja auch gut und schön. Aber irgendwann kam ja der gefreite Adi aus Österreich. Und der hat ja so einen traurigen Verein von Bierzelt-Saufgenossen. Es war wirklich nur eine Saufgenossenschaft. Aus dem hat er die NSDAP geformt. Er hat irgendwelche Geldgeber gefunden aus der Industrie, die ihn unterstützt haben. Er hat die SA und die SS aufgebaut. Die waren am Anfang, weil die SA so eine Art Straßenschläger-Truppe, so wie heute die Antifa nur in groß. Und die SS war noch keine Elite. Die war nicht vergleichbar so. Das waren schon irgendwelche besonderen Kader, aber die war nicht so, wie die Waffenessler später. Trotzdem lief es darauf hinaus, dass irgendwann Hitler durch die SA es geschafft hatte, so viel Chaos und so viel politischen Terror auf den Straßen zu verbreiten. Und außerdem hat er es auch geschafft, die SPD teilweise auf seine Seite zu ziehen bei irgendwelchen politischen Fragen, was wiederum dazu führte, dass die SPD sich spaltete. Es gab dann die KPD, zuerst die USPD hieß das, glaube ich, und dann wurde daraus später die KPD, und es gab die SPD, die es ja auch heute gibt. Und jetzt müsst ihr bedenken, nach dieser Spaltung hat Hitler es dann auch geschafft, diese USPD verbieten zu lassen. Das heißt, es gab dann nur noch die SPD. Und diese SPD hatte nicht mehr ein Drittel der Stimmen im Deutschen Reichstag. Daraufhin hat dann Hitler nach einer Weile die ganzen Parteien in Deutschland, außer die SPD, davon überzeugt, dass das deutsche Parlament oder der deutsche Reichstag damals mit einer Zweidrittelmehrheit seiner eigenen Abschaffung... Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ich habe bei der Geschichte der Weimarer Republik nicht genau hingehört, aber da ist ja jetzt nicht so wichtig. Also Rainer Ernst wollte ja eigentlich auf die AfD hinaus. Da sind wir ja aktuell noch nicht angekommen. ...zugestimmt haben. Das ist so. Der deutsche Reichstag hat sich selber abgeschafft. Versteht ihr? Die deutsche Demokratie, das konnte der Deutsche. Er war in der Lage, der Abschaffung seiner eigenen Demokratie zuzustimmen. Okay. Also wurde Hitler zum Diktator auf Lebenszeit, zu so einer Art Ersatzkaiser. Weil der richtige Kaiser war jetzt weg. Dann hat Hitler diese Führungskarte, diese preußischen Juncker und so weiter, davon überzeugt, dass das deutsche Reich den Ersten Weltkrieg in Wahrheit gar nicht verloren hat. Sondern, dass es nur durch Verraten vom bösen Juden und vom bösen Kommunisten so gekommen ist. Und dass Deutschland einen neuen Krieg führen soll. Die Deutschstoßlegende, die wurde tatsächlich von den Eliten im Kaiserreich schon nach 2019 ganz früh gestreut. Beispielsweise von Erich Ludendorff. Damit sie die Verantwortung von sich selbst abwälzen konnten. Also da braucht es gar nicht mehr Hitler darauf. Hitler hat auf, ja, diese... Ja, das ist jetzt wirklich mal eine Verschwörungstheorie. Auch die konnte er aufbauen, die schon von den Eliten im Kaiserreich gestreut wurde. Hier sieht man übrigens auch daran, wann... Hier sieht man übrigens auch, wann Verschwörungstheorien wirklich gefährlich sind. Nämlich, wenn sie von der Regierung, ja, verbreitet werden, um halt von ihrer eigenen Verantwortung abzulenken. Oder beziehungsweise um die Bevölkerung in irgendeine Richtung zu pushen. Also dann sind Verschwörungstheorien wirklich gefährlich. Also hier jetzt mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. ... sollte, denn es ganz leicht gewinnen kann, es muss ihn nur erbarmungslos führen. Es muss ihn mit aller Härte führen. Deutschland war ja Teil des Völkerbundes, das war der Vorläufer der UNO. Und Deutschland hatte diverse Verträge unterschrieben, wie auch die Genfer Konvention. Aber Adi hat ja diverse Länder angegriffen, ohne Kriegserklärung, einfach so überraschen. Und er hat ja null an das Kriegsvölkerrecht gehalten. Es gab ja nicht nur den Holocaust. Es gab ja auch diese Vergeltungsaktionen da in Osteuropa wegen irgendwelchen Partisanenangriffen. Es gab, dass man diese eine russische Armee mit 1,5 Millionen Russen innerhalb von ein paar Wochen hat verhungern lassen. Und so weiter und so weiter. Also die deutsche Wehrmacht hat krasse Goldtaten begangen. Und der springende Punkt war, als absehbar war, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg verlieren würde. Das konnte man spätestens nach der Schlacht von Kursk und der Landung der Amerikaner in Algerien und dem Pormarsch auf Tunesien, konnte man das wissen. Aber das hat die deutsche Elite nicht angefochten. Man hat weiter zu Adi gehalten. Und der Punkt war, das wusste ich zum Beispiel bisher auch nicht, sowohl die Russen als auch die Amerikaner haben die Bedingungen gestellt, wenn Deutschland irgendwelche Verhandlungen aufnehmen will, zur Beendigung des Krieges, sagen wir mal zu einer Kapitulation mit Bedingungen, die Deutschland stellen kann, dann sollen sie doch bitte vorher den Kader der NSDAP verhaften und hinrichten und wieder eine bürgerliche Regierung wählen. Aber dazu war Deutschland nicht in der Lage. Also kam es so, wie es kam. Es gab ja einen Putschversuch unter Stauffenberg am 20. Juli 1944, der dann gescheitert ist. Der Russe hat ja am Ende Berlin erobert. Und ihr müsst bedenken, allein in den letzten zwei Wochen, vor dem Fall der Reichskanzlei und vor Adis Selbstmord, es sind nochmal anderthalb Millionen Einwohner von Berlin, Soldaten und Zivilisten umgekommen bei der Verteidigung der Stadt. Nur, weil keiner, versteht ihr, es geht gar nicht darum, dass ich dem normalen deutschen Bürger einen Vorwurf daraus strecken will. Aber der deutschen Elite, den deutschen Führungskatern, diesen preußischen Junkern, ohne Scheiß, das sind die größten Flaschen und Versager der gesamten Menschheitsgeschichte gewesen. Überleg mal, dieser Stauffenberg, das war nur ein niederer Dienstgrad, der war glaube ich Major oder so. Das war ein Typ, der hatte das Eisene Kreuz, aber der war in Afrika bei einem Bliegerangriff so verletzt worden, der Mann hatte nur noch einen Arm und ein Auge. Und das war der Mann, der einzige Mann, der damals bereit war, einen Attentat auf Hitler zu probieren. Und mieserweise wurde er bei einem Fluchtversuch, es hat ja nicht geklappt, beim Fluchtversuch wurde er verwundert an seinem Arm, den er noch hatte. Er konnte sich nicht mal selber erschießen. WhatAds fragt gerade im Chat, was sehen hören wir hier? Das neueste Video von Rainer Ernst. Er wollte eigentlich was zur AfD sagen, aber bisher ist er nach zehn Minuten da noch nicht hingekommen. Also ich bin jetzt auf die Pointe gespannt. Und wurde am Ende gehängt. Ja man, letzten... Nee, Stauffenberg wurde erschossen. Ich guck mal nebenbei nach nicht, dass ich mich jetzt hier blamiere. Nenn das, besetzen ja die Alliierten an Deutschland. Weil wirklich keiner aus dieser Elite in der Lage war, irgendwie seinen Arsch hochzukriegen. Es geschah genau das, was man davor auch gefordert hatte. Die Kader der NSDAP hatten sich die meisten den Amis ergeben, weil sie irgendwie dachten, die Amis würden noch Gnade vor Recht ergehen lassen. Aber es gab ja die Nürnberger Prozesse, die wurden ja dann alle gehängt. Und das war das. Nicht alle. Nicht alle. Also wenn man sich beispielsweise Reinhard Gehlen anguckt, weil die Organisation Gehlen gründen durfte, die dann später in BND umbenannt wurde. Der wurde nicht gehängt. Der durfte dann, wie gesagt, in BND gründen. Und seitdem sind wir das Arschloch der USA. Jetzt müsst ihr mal so überlegen. Mittlerweile ist ja vor allem, sagen wir mal, das rechte Spektrum der deutschen Gesellschaft fleißig dabei, diese Geschichte zu relativieren. Nein, nein, es war alles gar nicht so. Es gab keinen Holocaust. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist Quatsch. Und immer dieser Schuldkult und so weiter. Aber weißt du, Alman, es geht gar nicht darum, dass ich dir nicht verzeihe, was du meinen Vorfahren angetan hast. Das waren ja deine Feinde. Aber was du in den letzten 100 Jahren dir selber angetan hast, das kann ich dir nicht verzeihen. Und du scheißt, das kann ich dir nicht verzeihen. Feierabend. Und jetzt musst du so sehen. Jetzt gibt es diese ganzen AfD-Dulis. Ich lästere ja oft genug über sie. Ihr müsst mal verstehen, warum ich überhaupt über sie lästere. Weil alles, was sie hinbekommen, sie haben die letzten 100 Jahre, oder sagen wir sogar noch länger, 120 Jahre, hat gerade dieses rechte Spektrum, die SPD war die einzige damals, die gegen die Auflösung vom deutschen Reichstag gestimmt hat. Trotzdem sind die Sozen an allem schuld. Die haben alles falsch gemacht. Diese bösen Sozen. Und die Rettung kommt von rechts. Aber was macht dieses Recht zum Endeffekt? Es weint und weint und weint und weint und an allem schuld sind irgendwelche Ausländer. Aber haben Asylanten den Ersten Weltkrieg verbrochen und den Zweiten Weltkrieg und diese ganze Geschichte, die ich dir erzählt habe? Sind irgendwelche Asylbewerber, irgendwelche Flüchtlinge daran schuld? Das ist deine Geschichte, Alman. Äh, ja, ja. Jetzt musst du mal so überlegen. Eine Ironie der Geschichte ist folgendes. Jetzt holst du rum, du wirst ausgetauscht. Gut und schön. Von mir aus ist das so. Aber du bist nicht in der Lage, auch diesmal, bist du schon wieder nicht in der Lage, dich mal zu organisieren und deine Obrigkeit so sehr unter Druck zu setzen, dass sie diesen Prozess stoppt. Alle anderen können es. Es gibt auch viele Länder auf der Welt. Die sind kein Einwanderungsland. Ganz aus Europa. Der Orban kann es. Die DDR war das, glaube ich, auch nicht. Nur mal kurz angemerkt. Der Kaczynski kann es. Der Wucic in Serbien kann es. In Montenegro kann man es. In Bosnien kann man es. Alle können es. Nur du kannst es nicht. Alles lustigerweise ehemals sozialistische Länder. Also, nur mal eine kurze Anmerkung. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass du in den nächsten 20, 30 Jahren vermutlich eine Minderheit in deinem eigenen Land sein wirst. Und alles, was du hinbekommst, ist weinen, weinen, weinen. Mal mit 100.000 Mann dich vor den Reichstag zu stellen. Das kriegst du nicht hin. Du meinst. Jetzt überleg mal, diese Antideutschen, die ja sagen nie wieder Deutschland. Sind diese Antideutschen wirklich so böse? Oder haben sie nur aus dieser Geschichte die richtigen Schlüsse gezogen? Du musst auch überlegen. Ich habe kein Interesse daran, Alman, dir irgendwie einen Tritt in den Abgrund zu geben. Aber wenn es darauf hinauslaufen sollte, dass du es wieder verkackst, auch diesmal verkackst, deinen eigenen Untergang, weil du scheinst ja irgendwie eine merkwürdige Affinität zu haben, zum abgeschlachtet werden. Du bist das Schlafschaft, das wirklich jedes Mal brav angetreten ist, um sich abschlachten zu lassen. Warum? Weil du nicht in der Lage warst. Weil du nie in der Lage warst. Dass du einfach mal dich organisierst und organisierten Widerstand leistest. Das, was alle anderen Völker um dich herum schon hundertmal in Europa gemacht haben, du kannst es nicht. Und jetzt droht dir dein Untergang. Ja, ja, das war jetzt nicht wirklich gegen die AfD gerichtet. Also ja, natürlich, wir müssen uns organisieren. Deutschland steuert gerade in eine völlig falsche Richtung. Also es ist katastrophal, was gerade mit diesem Land geschieht. Ja, was war jetzt der Kern vom Video? Wir sollten uns organisieren und gegen diese katastrophale Regierung aufstehen. Das wollte er uns eigentlich sagen. Und ja, war wirklich was gegen die AfD, hat er nicht gesagt. Diese, ja, ja, im Großen und Ganzen kann man dem, was er da geschichtlich erzählt hat, schon zustimmen. Auch die Regierung der Bundesrepublik, die haben sich wirklich durchgängig durch eine unglaublich devote Haltung gegenüber den USA ausgezeichnet. Also außer vielleicht Willy Brandt und obwohl selbst Helmut Schmidt, der hat ja die NATO-Nachrüstung mitgemacht. Also Konrad Adenauer hat seinerzeit die Wiedervereinigung verhindert und ein neutrales Deutschland verhindert. Helmut Kohl hat dann, als es dann mit der Wiedervereinigung geklappt hat, dafür gesorgt, dass Deutschland eben nicht neutral wurde, sondern dass Deutschland Mitglied der NATO wurde. Was die Grundlage dann auch für die weiteren NATO-Osterweiterungen war, denen sich Deutschland auch nie entgegengestellt hat. dann hat Deutschland unter Gerd Schröder angefangen, an amerikanischen Einflusskriegen teilzuhaben. Also wir haben uns wirklich durch eine unglaublich devote Haltung gegenüber, ja, gegenüber den USA ausgezeichnet. Und das muss sich auf jeden Fall ändern. Da müssen wir uns auf jeden Fall gegen organisieren. Aber ja. Was schreibst du im Chat noch? Scheint es den Leuten nicht so notwendig zu sein. Aber gibt es denn alle eine Möglichkeit, als Volk eine aktuelle Regierung frühzeitig abtreten zu lassen, wir können halt in unserer parlamentarischen Demokratie nur andere Parteien wählen. Wie gesagt, Rainer Ernst hat jetzt eine Demo vorgeschlagen, aber es kommt ja nichts. Also letztens hat die Friedensbewegung in Berlin demonstriert und ich glaube, das waren 20.000 Leute, die da waren. Also es ist viel zu wenig. Es gehen viel zu wenig Leute auf die Straße. Also wenn sich die Umfragewerte für die Wagenknechtpartei jetzt nochmal deutlich verbessern, vielleicht passiert dann irgendwas. Vielleicht lenkt die Regierung dann ein bisschen ein. Oder wenn bei der nächsten Wahl etwas anders passiert, aber die ist ja erst 2025, dann könnten wir wirklich eine andere Politik sehen. Aber das ist ja alles noch hin. Also ja. Ja, aber diese Botschaft organisiert euch mal. Da würde ich zustimmen. Aber ja, so schlagend war das Video jetzt auch nicht.